Hi Leute und willkommen zurück zu Tunic. Wir sind im Grab des Helden und haben diese tolle Krone endlich. Ah, und wir können jetzt das Porten. Zack. Sehr geil. So. Jawoll ja. Kann ich hier auch rüber? Nee, aber ich muss die anderen Heldengräber-Eingänge finden. Dann kann ich da jetzt auch überall ran. Cool. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo die ganzen Heldengräber waren, aber... Macht ja nichts. Wir werden sie wieder finden. So, sehr cool. Warum ist das immer noch mit diesen... ...Dingen hier? Aha, guck mal an. Ob wir jetzt überall ran können. Gibt mich da nicht drauf? Was genau ist hier eigentlich? Kleine Steigung. Ja, kann nicht scheinbar. Aha. Äh, möchte ich da rauf? Äh, hier ist nichts. Soll ich hier lang? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch, aber... Naja, gut. Oh, das war eine Puppe. Ich sollte die Puppen wegmachen. Äh, Puppe wegmachen. Ähm. Ja, brauchen wir das. Vorbei? Nee, ich nehme mal die Plätscher. Ich habe das Gefühl, ich kann hier was machen, aber irgendwie ist es nicht richtig. Aber ich check nicht, wo ich damit hin kann. Hm. Okay. Warum habe ich diese Möglichkeit dazu? Äh. Wo bin ich? Achso. Okay, schade. Komm, ich gehe da nochmal rein. Irgendwas kann ich doch hier bestimmt jetzt noch machen, oder? Kann ich von hier vielleicht darüber? Nein. So, das Heldengrab. Die Krone haben wir. Schwert haben wir eigentlich auch, ne? Glaube ich. Wir müssen halt nur noch die anderen Verbesserungen finden. Ach, nein. Wo genau soll ich hier eigentlich hin? Na? Wofür ist das hier? Ernsthaft? Mach das doch nicht einfach nur so hier hin, oder? Okay. Hm. Ach, wieso komme ich da nicht lang? Was ist denn das für ein Scheiß? Los, flach mit da rüber. Ich will auf diesen Stumpf da, aber... Warum? Was soll ich denn hier? Komm schauen, lass mich da rauf! Ich will doch nur da raufkommen! Meine Güte! Das geht nicht. Dann halt nicht. Gehe ich halt woanders lang. Moment. Soll ich vielleicht hier hoch? Ist das gewollt, dass ich hier hochkomme? Aha. Boah. Na ja, vielleicht ein bisschen Money. Ach, stimmt! Wenn ich jetzt hier oben drauf bin... Da kann ich doch eigentlich auch da rüber, oder? Ich glaube, ich weiß, wo wir hier kommen. Genau. Moment. Ha! Erwischt. Ja. Unser blöder Boss, ey. Alter Schwede! Warum bist du da so böse zu uns? Datenverwaltung! Fortfahren. Neues Spiel. Option. Spielladen. Schön, dass ich mir das jetzt sagen. Spielstände. Ähm. Ja, danke. Option. Der Beginn des Abenteuers. Ach so, das ist die Seite davor. Oh, jetzt kriegen wir erst diese Seiten? Das ist ja mies. Dass wir jetzt erst wissen, dass das unser Feind ist. Wow. Okay. Mies. Hm. Okay. Hm. So. Können bestimmt jetzt irgendwo neue Wege gehen. Kommt ein bisschen schneller vorankommen, auf jeden Fall. Moment. Hi. Hm. Wird dich reden tut er mit uns nicht? Nee. Hier war auch nichts. Ah, das ist aber geil, dass wir uns jetzt teleportieren können so. Hat was. So. Komm auf diese Seite. Ah. Jetzt muss ich ja langsam noch mal ein bisschen gucken hier. Da finde ich auch. Schweinerei. Okay, vielleicht später. Na. Och. Nichts. Oh. Bin ich gelandet. Hä? Bin ich hin? Aha. So. Soll ich hier rein? Das leuchtet so krass. Das leuchtet so krass. Oh. Oh. Ähm. So komme ich rüber. Okay. Schade. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas krasses Neues. Aber. So. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir Heldengräber brauchen. Und wir wissen, dass ich fast tot bin. Hm. Ich würde gerne speichern. Oh. Schön. Nehmen wir. Wir hatten noch ein Heldengräber bei den komischen bösen Heinis. Eine Mine. Oh. Ist das Leben? War das Leben? Ich glaube, da ist es. Wir lassen es sein. Und dann lassen wir es sein. Wir lassen es leben sein. Äh. Er. 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 kann ich aber auch verbrauchen. Na. Komm. Hallo. Rüber da. Perfekt. So, dann haben wir schon mal mehr Verteidigung. Das ist schon mal einiges wert. Weil wir sind jetzt immer noch One-Hit für alles. Ach komm mal, jetzt läuft das auch so komisch. Das ist eben auch ein Näh, ne? So. Ich brauche mal einen Speicherpunkt irgendwie. Ich brauche den Speicherpunkt. Hier ist einer. Sehr schön. Nehme ich. Ich schmeiße jetzt nichts rein. Ich brauche den Speicherpunkt. Mann, kann ich mal Nünftig sein hier. Ich habe ihn besiegen lassen. Ah, nimm mich. Der hat uns jetzt direkt besiegt. Können wir das hier hinzukommen? Um den Baum rum. Dafür könnte ich oben die Schräge hoch. Schade. Leider nein. Können wir sogar noch verstärken, alles. Ah, das Zilleputin ist so geil. Oh, nee. Oh, warte. Hi. Tod. Ja. Das Ding ist kaputt. Ups. Ups. Noch mehr so ein Glibber-Zeug. Uuuh. Dafür nirgends so rein, ne? Okay. Und ein paar Sachen wird abgesperrt. Kann ich von hier nicht mehr darüber? Okay, dann halt nicht. Wieder zurück. Ups. Aha. So, kommen wir da rüber. So. Meldengräber. Wo haben wir die? Bestimmt, hier war der erste finale Bosskampf. Das gefällt mir. Endlich mal eine schöne, schnelle Fortbewegung. Wie, das ist dicht. Ist das nicht der Ernst? Jetzt bin ich umsonst hingelaufen? Okay. Okay. Ich hab mich da runter. Ah. Toll. Toll. gut die wieder runter nope Also, ich weiß nicht wirklich was. Leider nicht. So. Oh, ist angeangelt. Fein. Hatten wir nicht aufnangeln? Nö, ne? Nö, schade. Wenn ich euch verstehen könnte. Na komm, wir haben eine tolle Krone auf. Interessiert ja nicht mal. Schade, da komm ich auch nicht lang. Rutsch. So, wir haben noch ein paar Münzen, die wir reinschmeißen können. Eigentlich brauche ich das noch nicht. Ich will hier rein. Ah, ich ging fest. Habe ich hier noch irgendwas? Nicht so wirklich. So, die Verteilung haben wir. So, gehen wir erstmal raus hier. Wir müssen schön noch ein paar andere Sachen finden. Okay, rechts kann ich mich hinziehen. So ist ja eigentlich nicht viel. Kann ich nicht hinziehen. Hm, okay. Und halt hier durch. Warum ist das so böse hier alles? Es wird immer schlimmer statt besser. Moment, ich habe noch eine Abkürzung. So, hi. Hm, ich verstehe dich leider nicht. Leider nein. Hm. Das ist nichts. Ups. Gärten. Hm. So. Ich fange hier aus nicht überall hin. Ne, ne? Nicht richtig. Äh. Möchte ich denn irgendwo anders hin? Was habe ich hier alles? So, hier war der Hangie eingesperrt. Die Geistesachen haben wir ihn geopfert. Ich werde langsam mal wieder haben. Ich weiß, dass er voll böse ist. Ich weiß, dass er voll böse ist. So, und hier haben wir immer noch einen Punkt, wo wir nicht hin dürfen. Ah. Ist ja okay. Okay, dann gehe ich erstmal hier hin. Ich hoffe, dass wir noch einen Heldengrab finden. Aha. War ich überhaupt ein Heldenglaub? Bestimmt war ja eins. Einfach kurz speichern. Ja. So kommt man da rein. Da rein? Nö. Kann ich hier auch ran? Nö. Doch. Warte. Ausprobieren. Nö. Okay. Vielleicht muss ich irgendwie noch Strom drauf bringen. Aber jetzt. Ich bin doch schon erst am Wurzeln. Ich darf nicht wieder zurück. Oder? Doch. Darf ich. So. Dann gehen wir auch mal zurück. Ähm. Ich gehe runter. Das ist immer schlimmer, ist ja besser, je mehr wir schaffen. Ich muss weg. Ah. Äh. Was zum Hang-Up ist? Habe ich hier nicht irgendwo einen Ausgang? Ich habe keine Ahnung. Ich komme mir echt beschissen weg und die prügeln auf mich ein. Eigentlich wollte ich irgendwo hinlaufen, aber das kann ich wohl knicken, oder? Hm. Was kam mir noch? So. Hm. Wir können da oben rechts mal hin. Gucken wir uns das mal an. Oh. Ostgewölbe. Hier war doch auch auf jeden Fall was, oder? Oh. Belabungsmaschine. Ähm. Ja. Wir haben die extra kaputt gemacht, um euch zu helfen. Oder habt ihr die Dinger gebaut? Hm. Jetzt bin ich irritiert. Wer hat die ganzen mechanischen Sachen da gebaut? Und... Ich meine, ihr seht uns ähnlicher als die Aliens, aber... Ah. Interessant. Hat ja ein Viecher immer noch in diesen Monodinen gestehrt. Ist voll fies eigentlich. So. Hier ist alles irgendwie böse. Ich hoffe, ich komme an die anderen... ...Kräber ran. War eigentlich irgendwo sogar noch ein Heldengrab? Hätte ich das gewusst, ey. Nein. Nichts. Heldengrab. Wo bist du? Haben wir hier noch eins? Na. Das wollte ich doch gar nicht. Ich muss... Hallo? Porn? Ahaha. Okay. Gehen wir erstmal runter. Runter, habe ich gesagt. Ich will da nicht hoch. Mann. So. Danke. Selten Grab. Dann gehen wir doch genau da hin. Ah. Hier schon wieder. Never. Nein. Die. Ganz noch. Ja. Na. Ja. Mistviecher. Ich hasse sie noch immer. Ich muss weg, ich muss weg. Na toll. Ich geh vorhin im Heldenkrab weg. Wie unfair. Oh shit. Ich wollte doch da nur rein. Mist, Mist. Und nochmal Mist. Okay, wir wissen auf jeden Fall wo wir hin können. Und da werde ich jetzt auch nochmal kurz hier hingehen. Ah, so Mistviecher. So. Da möchte ich hin. Das Teleportieren ist so geil. Eigentlich wollte ich mich gerade nur in die Ecke stellen. Damit sie nicht an mich rankommen, aber hm. So, gut. Dann machen wir erstmal Schluss für heute. Wir wollen jetzt mal noch das Heldenkrab besuchen. Und gucken, was wir an nächster Fähigkeit kriegen. Ah. Ah, ist endlich schön mal wieder ein paar Sachen zu kriegen. Verteidigung haben wir. Mehr Ausdauer haben wir. Es wird besser. Gut, wir wenden hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.